hallo leute und willkommen zu einem kleinen info video ich wollte nur bescheid geben dass ich voraussichtlich den ganzen dezember lang keine videos hochladen werde beziehungsweise noch diverse parts von the walking dead die ich noch übrig habe ich habe jetzt schon seit genau zwei wochen kein letztes hatte meine schreibt mehr hochgeladen weil ich keine aufnehmen hatte auch keine lust mehr hatte aufzunehmen außerdem war ich auch noch krank ich bin jetzt noch noch mal etwas ich bin weil es so schnell das über die bühne bringen dass ich noch sage ja jetzt haben wir keine videos außerdem mache ich diese pause weil ich mitbekommen aber dass ich gar keine aufrufe mehr auf meine videos bekommen habe ich gar nichts mehr ich bin eigentlich der einzige der darauf klickt nur normal und gucken ob alles in ordnung ist da meistens immer bei meinem videomanager ein aufruf pro video das ist ein bisschen blöd aber im neuen jahr werde ich dann wahrscheinlich ganz durch starten mit ein paar neuen projekten höchstwahrscheinlich mal schauen auch vielleicht ein bisschen was auf die zuschauer darauf zugestimmt was so zuschauer gerne sehen da welche machen was die anderen kanäle da so machen vielleicht ein paar neue reviews oder sowas keine ahnung werde ich mal sehen ja das ist auf jeden fall gewesen sein dann sehen uns dann im neuen jahr würde ich frohe weihnachten und gut ja